Dieser Sommer passiert ganz oben. Total schön. Super Aussicht über die ganze Stadt. Weltklasse. Ich glaube, jeder hat ganz viel Spaß. Richtig geil. Freue ich mich drauf. Von hier aus sieht man alles. Ist auf jeden Fall ein neues Erlebnis. Einfach der Hammer. Mega coole Leute. Was will man mehr? Der Sonnenuntergang, ein Traum. Einfach nur zu empfehlen. Pures Sommerfeeling. Dieser Weitblick über München. Die Lichter. Die Musik. Hammer Stimmung. Gefällt mir. Rooftop. Demnächst in deinem Sommer. Wo und wann? Einschalten. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.